Fleisch und Wurst vom Besten. Als eines der traditionsreichsten Unternehmen im Westerwald bietet die Hermes Fleischwaren GmbH und CoKG Qualität und Frische aus erster Hand. Von der Landmitzgerei zum bedeutenden EU-Betrieb. Meisterliches Fleischhandwerk und modernste Produktionsverfahren bürgen für erstklassige Fleisch- und Wurstspezialitäten, die auch vielfach prämiert höchsten Genuss versprechen. Die tägliche Verarbeitung von Frischfleisch aus kontrollierter Zucht garantiert topfrische Ware, die in vielen Hermes-Filialen erhältlich ist oder mit eigenen Kühlfahrzeugen zu Großverbrauchern geliefert wird. Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen wie Kantinen, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen oder Universitäten profitieren von auch vorgefertigten Fleischkomponenten, die zeit- und kosteneffizient zum Einsatz kommen. Bis zu 5000 Portioniereinheiten sind möglich und innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Ob Rindfleisch von Jungbullen aus der offenen Stallmast oder Schweinefleisch aus Langzeitmast, ob Koch, Brüh, Rohwurst oder Rohpökelwaren, je nach Kundenwunsch in unterschiedlichen Gebinden portioniert und individuell verpackt, tragen Fleisch- und Wurstspezialitäten von Hermes den Stempel des Besonderen. Ihren arttypischen und vollen Geschmack entwickeln alle Original-Hausmacher-Wurst- und Schinkenprodukte von Hermes durch die Verwendung von Frischfleisch, überlieferten Familienrezepturen sowie schonenden Räucher- oder Reifungsverfahren. Die sorgfältige Auswahl von erlesenen Naturgewürzen runden Geschmacksintensitäten ab. Nur das Beste kommt in die Wurst. Vielfältige Wurst- und Schinkenvarianten, Fleischartikel oder auch Feinkost verlassen täglich die Manufaktur in Hamm, die von Raimund und Uwe Hermes in heute sechster Generation geleitet wird. Jedes Premiumprodukt überzeugt durch seinen eigenen Charakter und hebt sich deutlich von einer industriellen Herstellung ab. Dem Fleischerhandwerk verpflichtet. Für Konsumenten und Großverbraucher bietet Hermes mit engagiertem Fachkräfteteam das Beste vom Besten.